Es gibt für morgen eine große Vorfreunde, das wissen wir, es ist eine schöne Chance. Wir haben morgen das Halbfinale zu erreichen, aber wir erwarten ein Top-Spiel. Es ist eine Top-Woche für uns, das erste Pokal-Spiel morgen. Freilich zu sein, wir sind sehr motiviert für morgen. Die Spieler haben diesen Wunsch, etwas zu gewinnen. Es ist der kurze Weg im Pokal. Wir haben zwei Spiele im Finale, aber morgen ist es eine große Herausforderung. Ich habe das Gefühl, wir sind bereit und wir werden es sehen. Aber das Gefühl gerade ist gut. Das ist unser Fokus, unser Plan, unsere Idee, wieder ein gutes Niveau und eine gute Leistung zu haben. Am Samstag haben wir Serieus gespielt. Und morgen wollen wir Serieus, intelligent, qualitativ, intens, eine Top-Kopplet-Leistung sein. Es gefällt mir sehr, wie wir Stuttgart spielen. Sie spielen sehr intelligent, sehr flexibel, gute Spiele, eine intelligente Verbindung zwischen den Spielern. Und ja, es ist total verdient die Position in der Bundesliga. Und ja, wir haben einen großen Respekt. Wir kennen uns sehr gut, weil wir zwei Monate vorher gespielt haben. Die erste Halbzeit war sehr intens. Die zweite war anders. Es ist ein gutes Beispiel, was wir für morgen erwarten können. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bil brakes. Die zweite ist wir Lynn Knight. Vielen Dank.